Moin Moin Leute und herzlich willkommen zur wöchentlichen Schatzkammeröffnung. Heute ist es mal wieder soweit. Und zwar möchte ich heute 4,89er Unheilfeuerzweig, Iridal oder Trastgeflochtene Gelenkbänder haben. Auf 4,89, das sind auch die letzten drei Biss-Items, die mir im Prinzip fehlen. Und letzte Woche habe ich auch den Mythisch-Raid gecleared. Um genau zu sein, Amir Trasil-Mythisch. Habe jetzt hier die Erfolge bekommen, Mythisch-Fürag den Lodernden bezwungen. Da gibt es dann den Titel, der Lodernde oder die Lodernde. Und dann hat man halt noch hier diesen Spitzenreiter-Erfolg, beziehungsweise ist gar kein Erfolg. Ist eine Heldentaten unter Schlagzüge zu finden. Gibt nicht mal Erfolgspunkte. Und ja, aber das ist immer das berühmte, berüchtigte Cutting-Edge. Heißt es im Englischen, im Deutschen heißt es aber Spitzenreiter. Und damit habe ich sogar tatsächlich in Dragonflight alle drei Cutting-Edges geholt. Und das nicht mal mit einer festen Gilde, sondern mit einem festen Ein-Tages-Raid. Sehr, sehr geil. Und ich muss auch sagen, dieser Raid ist, ähm, ja, gefühlt das Beste, wo ich raide oder geradet habe jemals. Weil da einfach sehr, sehr viele gute Spieler drin sind. Und absolute God-Gamer, die können halt WoW gefühlt nahezu perfekt spielen. Und dann liegen die Bosse auch relativ schnell immer. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, in Shadowlands hatte ich nicht überall Cutting-Edge geholt. Genau, da fehlt mir nämlich der Kerkermeister. Weil sich ja da die Gilde, ähm, aufgelöst hat, im Prinzip. Den Jail habe ich leider nicht auf Cutting-Edge getötet. Schade aber jetzt dafür in Dragonflight sogar. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil ich nicht mal in einer Gilde bin. Aber der Ein-Tages-Raid ist halt einfach brutal. Und macht Spaß, da zu raiden. Auf jeden Fall. Auf entspannt. Immer einen Tag in der Woche. Und wir gehen rein in die Schatzkammer. Hoffentlich ist das Biss-Item drinne. Äh, scheiße. Ja, leider natürlich nicht. Schon wieder hier eingefangener Schrecken-Schrottschmuckstück. Dann Solenas wachsame Sammlung. Vielseitigkeit und Meisterschaft. Schildhand. Dann haben wir einen Kopf mit Sockel. Schade, brauche ich nicht. Ich habe schon mehr als genug Köpfe mit Sockel. Dann haben wir, ja, Schrott. Wir haben leider nur Schrott. Schrott, Schrott und nochmal Schrott. Wir gehen hier für den Sockel. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich diese Woche... Ich habe es noch ein bisschen vor mir hingeschoben. Weil ich vielleicht dachte, diese Woche ist was Geiles drinne. Aber dann werde ich diese Woche wieder einen Sockel kaufen. Ja, und was ich jetzt machen werde, ist im Prinzip diese Armschienen hier zu sockeln. Und dann werde ich die anziehen, denke ich. Aber, ja, schade. Also, mein Gear ist immer noch zwei wichtige Items für ihn halt, ne. Immer noch Waffe, nicht auf 489. Ist schon schade. Aber machst du nix. Ist halt so. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Diese Season ist nicht so glücklich, was so Items betrifft. Aber dafür haben wir ja wahrscheinlich mit dieser Wertung den 0,1% M-Plus-Titel gesichert. Und diese Woche könnte man theoretisch nochmal ordentlich Punkte machen. Weil diese Woche ist Push-Woche. Verstärkt, stürmisch, platzend. Ist sehr, sehr leichte Woche. Kann man krass pushen. Also, 31 Atalazar und Raben wäre eigentlich drinne. Aber das Problem ist halt, eine Gruppe zu finden. Ich habe keine Gruppe. Und, ja, vielleicht pushe ich aber trotzdem mal gucken. Diese Woche, ob ich was finde. Ob ich Lust habe, viel Zeit zu investieren oder eher nicht so. Und, ja, schauen wir mal. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne auch eure Schatzkornbelundungen in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Und ansonsten würde ich mich noch über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.